Hallo, mein Name ist Greta Bohatsek und ich bin für die Rolle der Irine in A Pure Place für den Braunschweiger Filmpreis 2021 nominiert. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Es ist eine mega große Ego für mich, nominiert zu sein, gerade weil der Dreh an sich schon ein totales Geschenk war. Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel über mich selbst und über meine Arbeit als Schauspielerin gelernt. Und das liegt natürlich auch an dem super tollen Team, was hinter der Kamera arbeitet. Auch bei dem Regisseur Nikias möchte ich mich hier nochmal herzlich bedanken. Und ich hoffe einfach, dass ihr mega viel Spaß habt, den Film zu schauen und dass er euch gefällt. Und ich sende euch ganz liebe Grüße aus Berlin.